Region Pomorske – Hier bist du! Der Informat enthält aktuelle Informationen über die Region Pomorske. Das Gerät zeigt dir Orte, die sehenswert sind. Schau auf den Bildschirm. So sieht der Ort aus, an dem du dich befindest. Auf der Karte siehst du unsere Sehenswürdigkeiten-Vorschläge. Wenn dich eine von ihnen interessiert, klick auf das Icon, um mehr zu erfahren. Wenn du auf das Icon mit dem Bild klickst, öffnet sich die Bildergalerie. Um schnell an den gewünschten Ort zu gelangen, kannst du dir außerdem die Karte herunterladen. Prüfe zunächst, ob du den richtigen Bereich markiert hast. Öffne den Link und lade die Karte herunter. Eine angenehme Reise.